Ja. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Auf die Fenster achten. Diese Arschlöcher sind in der Tür! Jetzt! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Die Tür! Nein! 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 Die Tür ist nicht lange stand. Wir müssen uns beiztren. Oh Gott. Das unten, das Fenster! Das ist unser Ausweg. Wie kommen wir da hoch? Hier, Damen! Hey, Mädchen! Achso, ja, 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 ja. Auf den Karren schieben! Komm rein! Ich schaffe die Gondel ans Fenster! Haltet mich, wie sie ihn hier vor sein! Okay. Hier ist ein Click-Up! Achso, Mann! Schaf, du hast ihn vorliegen! Scheiße, weg von dir! Bitte? Oh, scheine George! Sorry! Ich bin fast. Ich bin fast. Oh 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 Aversus please I want to 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 Oh Wir können nicht hierbleiben. Ich hab dich. In der Nähe bleiben. Wohin gehen wir? Hier lang. Los! Wir sind überall. Mal klar. Holy shit. Wo kommen die denn noch einmal her? Holy shit, joh. Ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby. Alles okay? Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Ja, meine Freunde. Meine Freunde sind in deinem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baudrillhaus. Könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay. Du reitest mit mir. Komm. Komm. Los. Los, Mann. Los, Mann. Wow. Okay. So könnte das mein Fehl... Was ist damit? Hm. Als ich zwölf war, hab ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Hm. Okay. Ähm. Hm. Die Verletzung. Das war ich selbst. Wieso? Ähm. Um ein Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au. Hörte Kuh. Hey. Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Ist da auch jemand? Jesse? Bleib einfach da, okay? Alles okay? Hey, was ist los? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich hab sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen. Niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich geh nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Sag mir nicht, die soll man breit schießen. Das ist clever. Das ist sehr clever. Okay, gehen wir rein. Du hast uns Angst gemacht. Wie geht's euch so? Ganz gut. Ganz gut. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein. Nicht mittig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten in ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektor. Und wer sind diese Leute? Wie lang seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Ja. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja. Ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy. Das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Halt den anderen fest! Nora? Alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! What? Lasst mich! Puta madre! Joel. Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Wenn jetzt ein Bein ab. Na los! Äh, what? Wen haben wir denn getötet? Ja, keine Bewegung. Oh, verdammt! Weck da! Don't du mal. Ich lasse mich nicht hetzen. Joel! Tommy! Oh, shit. Wie komm ich da runter? Okay, Shima. Ey, erst sitzen wir da auf der Couch, machen Liebesromantik, rauchen nen Joint und jetzt geht die Story los? Ey, wenn wir jetzt gleich nochmal so ne scheiß Love Story haben, dann kommt sie im Strahl! Mein Körper kann das nicht ab! Dieses Auf und Ab! Hoch, runter, rein, raus! Was denn jetzt? Entweder nehmen wir Fahrt auf oder nicht! Und jetzt sitzen gleich alle da unten drinnen, ey! Tommy! Ey, Wave Nation, Alter! Wir haben uns da aus dem Supermarkt richtig schönen Joint-Stängel geholt und ey, das mit der Schrotwitte war gar nicht so gemein! Das ging aus Versehen ins Knie, weil ich war so... Ich war irgendwie so... Ich war drauf! Verstehst du mich? Ich bin... Oh, ich seh's schon, komm! Ich seh's schon, komm! The Last of Us 2! Zwei Stunden Spielzeit, Joel stirbt! I can feel... I can... I can feel it already! Alles okay! Alles okay! Alles okay! Halt! Da drüben hat was geklitzert! Aber ich glaub, das ist nur... Genau... Tome? ich hoffe wir haben genug munition wir müssen das jetzt regeln müssen halt einfach alle erschießen ja 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 Oh, shit. Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich mach euch alle kalt. Was ist los? Lass ihn frei. Wer ist das? Lass ihn frei. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ich dachte nicht, dass hier jemand aufkreupt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe. Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe. Bitte steh auf. Nein! Ich bring euch um. Nein! 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 Ich bring euch um! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh my God. Ellie. Ellie. Tut mir leid. Jessie! Sie sind hier unten! Nein! Nein. Ich bin... Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie können uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davon kommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Okay. 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 Amen. Amen. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von Norden mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt dann schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird es eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Genau das habe ich erwartet. Darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock in dem Game. Entschuldigung, Tina, aber ich will nicht mit dir den Rest des Spiels verbringen, weil du bist nicht Joel. Ich habe nichts dagegen, dass Joel stirbt. Ich habe was dagegen, wie Joel stirbt und was sie daraus machen. Und wir haben jetzt schon angefangen, zwei Stunden lang nur so eine Laufscheiße durchzudödeln, auf Couch Hasches zu rauchen und uns gegenseitig die Bösen auszulecken. Und es geht nicht darum, dass Joel gestorben ist, sondern es geht einfach darum, dass sie Joel ersetzen mit ihr. Mit ihr. Ich finde die Entscheidung sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Überleg mal, wir haben jetzt zwei Stunden Story geguckt. Also mal hin oder her, ob das jetzt noch, ob es jetzt noch aufgedeckt wird oder nicht. Aber ich finde es nicht cool, wie Joel jetzt gerade gestorben ist. Das war sehr... Lieblos. Das ist das, was mir... Also dass er, dass irgendwer geht so, ist nicht schlimm. Aber das ist halt lieblos. Er liegt auf dem Boden, wird verprügelt und dann ist er tot. Wir wissen weder warum, weshalb, wieso. Wir haben vorher, wie gesagt, Haschisch geraucht und alles war cool und die Love Story und dann das. Ich weiß nicht, finde ich nicht so cool von der Story her. Aber hey, mal gucken, was noch passiert so. Mal gucken, was noch passiert.